Ihr kennt sicher auch das Problem mit verkrusteten Achseln. Nicht weil ihr ungewaschen seid, sondern zu viel Deodorant auf euren Achselbär aufgetragen habt. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr dieses Problem zukünftig vermeiden könnt. Nehmt dazu eine handelsübliche, ordinäre Schere zur Hand, um den versifften, kontaminierten Bereich auszuschneiden. Und schon habt ihr wieder mehr Platz zur Verfügung, um den Achselbär gescheit einzuschmieren. Probiere diesen wertvollen Lifehack mal aus und lass es uns wissen, ob es geklappt hat. Wobei es uns eigentlich wurscht ist. Abonniere den Kanal und lass einen Like da. Hopp zu auf. Bis zum nächsten Mal.